Osprey und der ist gefahren und dann wurde ich abgeknallt. Eigentlich hätten mich die Fliegen abschrecken sollen, aber ich bin ja total skrupellos. Wir lieben Fliegen. Wir lieben Fliegen. So du. Das erinnert mich an einen witzigen Moment, dass Bioshock dich nicht erzählen kann. Erzähl hier nichts, Mann. Ich bin total schwer dabei. Das ist übrigens gay, das ist übrigens gay. Jetzt hör auf davon irgendwas zu sagen. Das ist so schwer. Ja ich will das selbst noch spielen. Das ist doch kein Spoiler, Mann. Trotzdem fängst du damit wieder an. Ja, muss ich. Musst du? Scheiß. Ich gleich mir über dich, Pascal. Davon muss ich mir mal langsam ein Hotkey machen. Du musst dich immer jeden Tag von Bioshock erzählen. Ich hab doch überhaupt gar nichts erzählt. Du flenst, weil ich nichts erzählt hab. Das hätte ich wieder einen Moment noch begeschaut. Verschörte Beziehung dazwischen. Ey, da steht noch ein Ural. Weißt du, wenn ich Pascal einfach muten könnte, dann könnte ich immer meine Ruhe haben, wenn ich's will. Ja, dann habt doch schon eine Ruhe. Das geht doch gar viel ins Bett. Oh doch. Hier ist noch ein Auto. Was ist, wenn das Auto fährt? Wo seid ihr? Dumm. Dumm sind wir. Warum rennt dieser alte Körgei? Ah, jetzt brennt er wieder. Oh, ich hab ein Auto gefunden, aber das hat irgendwie einen kaputten Reifen. Oh, der fährt sogar. Wer ist das denn? Ich hab so'n blauen, fetten Ural-Dings da. Bisch. Jetzt kommt doch eine AS50 um die Ecke. Ja, so wie bei mir. Ne, ich steh im Wald. Oh, wir wurden ja nur von der Pistole. Ja, wenn ich stand jetzt auch nicht gerade an einem offensichtlichen Platz nahe geht. Ja, aber ich bin nur von einer Pistole beschossen. Hier ist nichts. Oh, war doch ein bisschen mehr als eine Pistole. Ach, der hat nur eine Pistole. Buh, 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 buh. Den Spiele-Sound leiser, Mann, ich höre auch nichts, ey. Wie Pascal sich darüber immer noch ärgert? Ich ärgere mich, Mann, ich hab das nur erzählt. Alter. Aber du erzählst das immer so, als ob das so was Schlimmes wäre, weißt du? Ja, weißt du noch, damals. Ja, weißt du, du sagst ja immer so. Ja, das ist voll schlimm, ey. Wie so'n Grießgraben. Wirklich, wie so'n grummliger Troll, der unter der Brücke wohnt, ey. Das geht einem voll an die Nieren, ey, wenn man sich das die ganze Sache anhören muss. An die Nieren geht anders. Ja. Wie soll ich denn sonst reden? Weiß ich nicht. Du redest immer so depressiv, Alter. Lass dich mal therapieren. Das ist schon nicht mehr normal. Ist das ein Eckhaus? Ne. Wisst ihr, wo ihr seid, oder? Wisst ihr, wo ihr seid, ey? Ey, ich weiß, wo sei ich, ey. Du hast ja auch eine Map, da kann ich dir gerne mal sagen, wo ich bin. Du hast ja auch eine Map, oder? Ja. Ja, da steht auch ein Oral. Vielleicht hab ich auch gleich einen. Wo? Deiner Mutter. Alter. Und ich hab O gesagt, nicht wo. Ja, und ich hab gesagt, mit deiner Mutter. Schon wieder, Alter. Ich darf sie dann blöd nachäffen. Ich darf gar nichts. Wie immer gleich so, wie gleich, was hast du bei meiner Mutter gesagt? Was hast du gesagt? Ja. Oh, das ist so krass. Das ist klar, da kommt ja gleich vorbei mit seinem Fahrrad. Oh Mann, der ist kaputt. Toll. Aus der Entfernung sah der so frisch aus. Der ist auch bestimmt. Ich könnte immer eine Straße finden, aber irgendwie ist das hier. Ey, das ist voll gestoffen mit AS 50. Aua. Du hast gar nichts drin. Hä, wer ballert mir denn hier immer eine? Na, ich. Das war ja voll unlogisch. Ohne Witz. Ey, du bist so logisch, dass die eine ballert. Boah, der ist voll kaputt, ey. Heftig. Alter, wenn ich jetzt noch Enfield-Munition hätte, ne? Weißt du, ich hab die Enfield, aber ich hab da keine Munition für. Oh, diese Schweinepriester, ne? Ey, man könnte sogar bei der Tankstelle einfach so refuelen. Das ist ja geil. Alter. Ist ja toll. Leider hab ich nichts, was ich refuelen könnte. Was ist das hier für ein Bullshit? Ey, hier liegt irgendwas. Lutsch mir den Schwanz. Ne Feuerwache. Ne. Weißt du, was da drin liegt? Ne Feuerwache? Ne Coke. Ne Coke und das war's. Ne, hier liegt noch was anderes. Oh, Sandsäcke. Na toll. Ich frag mich nochmal, euch beide, ne? Ja, hallo. Äh, Yolo. Yolo? Wo seid ihr? Yolo. Ich bin, äh, deutlich von Swag. Das ist ja witzig. Ja, das war echt schon witzig, Alter. Da hast du ja nicht gelacht, aber wir waren grad nicht danach. Es war jetzt genauso unwitzig wie Yolo. Swaggle. Swaggometer? Swaggetti Yoloneser. Oh Gott, ey. Irgendwann hol ich mir doch mal dieses T-Shirt, nur um dich aufzuregen, glaub ich. Ich glaub, dann muss ich dich erstmal verprügeln. So, Kevin, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Herzlichen Glückwunsch. Ich... Ja, okay. Irini macht sich doch nicht mal die Mühe, um zu gucken, ne? Warte, ich weiß, wo ich bin, Kevin. Ich bin in, äh... Der fährt dann, der fährt dann da hin und dann ist er da nicht. Dann sagt er, oh. Ich hab nämlich, äh, man kann nämlich einen Punkt auf der Karte machen. Dann kannst du gucken, wie weit der von dir weg ist. Und dann kannst du immer weiter... Ich weiß, wo ich bin. Ah, das ist ja mal richtig klug, du kleiner Klubi-Boy. Ich bin bei Helchenburg. Ja. Ich bin bei, ich bin bei, guck mal auf die Karte. Ich bin in der Mitte bei diesen, äh, bei der rechten Insel. Bei Sa... Bei Sabina. Bei Saturn. Sabina. Sabina, da bin ich. Sabina, da bin ich. Da bin ich auf jeden Fall. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin ganz oben. Bei Helchenburg. Ja, und dann gib mal Gas hier. Ey, das ist der Ginger Forest. Ja, das ist ja cool. Guck, ich glaub gleich mal, wo ich bin, wenn ich irgendwo einen sicheren Ort hab. Hast du nicht. Ich hab echt ein Faschist vor diesen ganzen Helikoptern, die hier patrouillieren. Der ist voll heftig. Faschist. Faschisten, glaub ich. Der einzige Faschist, der hier ist Pascal. Ja, hol runter mit der Makarov. Ich soll den einen runterholen, oder was soll das brechen? Alter, was ist denn hier passiert, Alter? Hier ist grad ein Haus in die Luft geflogen. Ist da der Mama wieder aufgestanden? Dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ne, das sind ja alles linke Dinge. Ich hau hier ein geiles Ding nach dem anderen raus, ey. Übertreibs nicht, übertreibs nicht. Alter, was ist das da hinten eigentlich für ein Haus? Heftig. Weg da, ihr Zwegometer. Oh man, Alter. Ich polier hier gleich mal die Klöten. Äh, das ist ja eklig, Alter. Was ist denn daran eklig? Homophobes Stück Scheiße. So richtig schön polierte Eier sind doch richtig gut. Ja, die glänzen dann auch so richtig in der Sonne. Alter, wieso komm ich nicht durch die Tür? Okay. Die schwitzen richtig in der Sonne, ne? Die schwitzen in der Sonne, ist ja eklig. Das geht ja jetzt zu weit, ne? Echt, ey. Was bist du denn für ein krankes Schwein? Benni, frage ich dich auch nochmal. Wo bist du? Ja, ich bin hier grad von Zombies und so weiter. Ich bin nicht safe. Ein Zombie verfolgt ihn. Ich muss das lange planen dann, wo ich bin. Ich bin doch nicht so ein Gamer-Pro wie Pascal, der das innerhalb von Millisekunden rausfindet. Hab ich doch aber. Er löst das gleich das Problem. Tja, hab ich aber. Ich weiß, wo ich bin. Geil, dann kannst du dich als Gamer-Pro Pascal nennen. Ja, nenne ich mich auch gleich bei Steam. Mach ich gleich. Gamer-Pro-Pro. Machst du jetzt auch immer Quickscoping hier in Daisy? Ne, ich mach Largescoping. Largescoping? Hardscoping machst du wahrscheinlich, ne? Hardscoping machen, ja. Setz dich jetzt irgendwann hin und zielst einfach nur. Ja. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Denn so rummelt Pascal. Denn so rummelt er Pascal. Denn so rummelt er Pascal. Ruhlt. Ey, das ist ne Militärbasis. Cool. Cool. Du bist ja gleich nur von dem AS-50 weggeschlossen. Egal das ist. Ich zieh mir ein paar Pornen dran und hole mir den runter. Egal wie. Ich hab letztens, ich hab letztens nen schönen Spruch gehört. War der schön. Soll ich dir den mal erzählen? Ich weiß gar nicht von wem ich den gehört hab. Der heißt. Scheiß auf Frauen, Scheiß auf Liebe. Nichts geht über das gute Handgetriebe. Verstehe. Ich weiß gar nicht von wem ich das gehört hab. Bestimmt von deiner Mutter. Bestimmt sogar. Da liegt ein Toter. Ich überleg mir gerade ob ich wieder fahren soll. Oh cool. Gleich ist er gekeilt. Ich hab ein M107. Cool. Du weißt aber noch nicht wo du bist ne? Ja lass mir doch mal kurz Zeit. So. Ich sammle nämlich gerade ein paar Bloodbags ein für euch. Meine Bros. Alter. Damit ich euch den geil pflegen kann wenn ihr krank seid. Was weiß er denn für ein geiler Motherfucker. Alter. Hä? Jetzt bin ich tot. Ohne Witz. Was soll das denn? Hä? Hä? Ich bin einfach umgefallen. Äh. Du bist tot. Ich hab keine Todesanzeige gekriegt. Ja das Haus ist einfach hier in die Luft geflogen und dann bin ich einfach umgefallen. Ja wenn das Haus in die Luft fliegt ist das wohl logisch. Mann das Haus ist aber vor 5 Minuten in die Luft geflogen. Ja das ist doch wie das ist. Du weißt doch wie das ist. Oh man der hat aber ne M240. Ja. Das ist ne Todesfalle. Du weißt doch wie unser Haus war. Ok jetzt blut ich aus den Augen. Jetzt blut ich aus den Augen. Ja dann guck mal wie du wirst damit ich dich abchecken kann. Jo. Mach ich mal. Ja. Vielleicht kannst du mich ja auch gleich abchecken. Ja wenn du dann irgendwo mal weißt. Und nicht mehr. Oh ich kann nicht. Ich werd grad von einem Zombie verwalgt. Oh Scheife. Ich bin tot. Ein Reiter zieh ich mir drauf. Oh das war auch zu gut dass da ne AS50, ne ne 1.07 liegt. Das war gefährlich. Mmmm. Mmm. Hmm Giotto. Mmmm. Mmmmm. Mmmm. Mmmmm. Jedesmal wenn ich sterbe musste ich mich mit Giotto backlog critical. Mann das ist doch schwul. Hattet ich grad ne gute Waffe. Warum sitzen da so irgendeine Schwuchtel? ja sonst werde ich gleich abgeschossen warum bin ich nicht abgehauen warum bin ich eigentlich immer so ein schwachtelidiot ich habe hier das beste getränk der welt ich kann dir gleich sagen wo ich bin fällt dir fast brause ich habe eine coke aus der glasflasche ich habe die auch aus der glasche hast du die flasche selbst geblasen ich werde nicht so ein diabetisch basti wie du so ich bitte sofort im status berät dauert ein bisschen warte es wird einem aber ansatz weiter angezeigt worden ist ich gucke ja dann immer nicht 12.000 ja weil du mother fucker bist ganz einfach ist meine mutter deine mutter bist du eklig welche mutter ich wollte erst reden und dann erst denken aber das habe ich dann gelassen ich wollte jetzt irgendwas weiter sagen aber das wäre ein eigentliches eigentor gewesen ich bin unten bei wo ist denn der punkt jetzt ist los ich bin bei bayeltoff da ganz unten und ich bin mal einmal so ein punkt auf der karte shift und klicken airport irgendwas das hatte ich doch irgendwo gesehen da bin ich okay bin ich da an dem see oder bin ich ich bin in dubo wo aber ihr habt ja gar keine map ach doch ihr habt ja eine map im alle das ist bei der großen insel da ist doch dieser große see in der mitte und daneben ist ein rv da bin ich da bin ich auch irgendwo ich bin doch ganz woanders das wird sowieso nie was das geht gar nicht ich setze immer einen wegpunkt ja aber da haben wir auch nie eine map und guck mal wie weit das von mir einer den ganz ist 5000 5000 meter was der sehr viel also da wo du bist ich bin beim airfield ja bei dubo wo aber wenn ich mir dann punkte sätze ach scheiße das habe ich so einen dummen kommentar dahin gesetzt fickt doch deine fickt doch die henne ey ey wer ist denn so bescheuert und jetzt einen kommentar hin ich das perverse schwein ich bin nur 700 meter von airfield weg ja ich nicht soll das jetzt heißen ich renne da jetzt hin ich auch jetzt geht mal ein bisschen gast da wurde ein hacker gebannt juhu ich bin halt das schwein bist du freust du warst bestimmt der hacker so ist es nämlich ich glaube ich selbst ich habe mich selbst auch gehackt du spielst doch mit drei accounts gleichzeitig sowie diese ww sieben 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 accounts sieben accounts also ja multitasking wie ich seid ja wie shit bis man hier mal zu was kommt da muss man echt aufpassen ohja die sind echt sau viele weg snacker unterwegs und hast du bock nächste woche gi joe 2 zu gucken das ist doch gar nicht so scheiße sein der film ohne witz ey train the rock johnson der ist aber ich finde ja schauspieler nicht ganz cool muss ich sagen ich mag den typen der ist mir sympathischer also sympathischer als alle anderen ja das stimmt schon das stimmt schon der ist nicht so ein homo oder der ist nicht in so einer scheiß sektenfirma oder so ein scheiß ja das stimmt da steht schon mal ein Hubschrauber und da brennt schon mal ein Hubschrauber ja das sind die besten Voraussetzungen hier aber mehr fehlt und dann wo bin ich alter ich würde sagen ich bin gleich tot aber es ist ja das ist alles okay aber jetzt ist schon april ne und dann einen monat kommt iron man drei raus ja iron man die haben die anzüge alle vorgestellt hast du dir die alle angeguckt und die hat er noch mal runter geholt nee da gibt es andere anzüge ich habe nur diesen hulk anzug gesehen ja auf reddit gucken wir mal ganz viele dinge da haben sie dann bei reddit die alle anzüge so vorgestellt gekriegt so mit so einer chart bei welchem airport seid ihr? bei du bovo dass die so filme gemacht haben und so finde ich ja noch ganz gut ne aber dass die jetzt auch noch sagen ja wir machen mal ne serie und so ne das finde ich dann ne serie mit ihm selbst ja nein also ne serie von den avengers mit den ganzen typen also ich weiß nicht ob das die originale schauspieler das kann mir kaum vorstellen dass es die originale schauspieler das kann sich kein schwein leisten alter ohne witz wenn der schon für einen film 50 millionen kriegt ja wie sollen sie sich das damit leisten aber die äh da kommt jetzt noch ne zombie land serie soll ich hab das noch nicht gesehen dass das bestätigt wurde doch da gibt es doch schon schauspieler gibt es schon die ersten set fotos für echt okay ist das da der typ der äh letztes mal auch mit gespielt hat? nö das sind die originale aber die aber die sehen so ziemlich gleich aus so aber die können auch nicht so teuer sein die Schauspieler den einzigen den ich da 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 Vielen Dank.